Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Kryptoanarchist. Wir schauen da mal rein Leute. XRP heute bei 65 Cent, also wieder ein bisschen nach unten, 3% oder sagen wir mal 4. Auf jeden Fall teilweise hier so ein bisschen wieder auf einen Downtrend der ganze Markt generell. Wir haben Bitcoin bei knapp wieder unter 40.000. Leider hätte der Support die ganze Zeit nicht. Es ist schon ein bisschen crazy, es geht die ganze Zeit drunter und drüber, irgendwie über die 40.000er Marke dann wieder drunter und so weiter. Aber tatsächlich auch ein paar Coins, die sogar hier im Plus sind. Teilweise zum Beispiel Tron, 5% ist auf jeden Fall auch nicht schlecht. Und bevor wir aber in das Video rein starten Leute, bitte vergesst nicht diesen Kanal zu abonnieren und dem Video einen Daumen nach oben zu geben. Ist für euch eine Sekunde Aufwand, aber ihr helft mir insgesamt sehr hier zu wachsen auf YouTube. Von daher vielen, vielen Dank dafür. Dafür schauen wir auch einmal rein. Der erste Feed für heute kommt von Jeremy Hogan und hier geht es dann, oh doch, um ein Surprise. Und zwar vom Gericht, das anscheinend jetzt doch wieder ein neuer Antrag gestellt wurde, beziehungsweise die Richterin. Jetzt angeordnet hat, dass das doch alles ein bisschen früher sein muss mit dem Settlement. Und zwar wurde der Zeitplan quasi vorgezogen und zwar auf den 15. November. Und da fragt er sich, was haltet ihr davon? Sie möchte wahrscheinlich, dass der Ripple-Fall vorbei ist vor Dezember. Das ist auf jeden Fall spannend. Und Jack the Ripple schreibt dazu, die Richterin hat in der SEC-Klage eine neue Timeline angeordnet. Und zwar, dass das Ganze vor Januar 2023 settet. Also Settlement Anytime Now. Soweit also die Theorie, sag ich mal, beziehungsweise soweit das, was die Leute sagen. Ist auf jeden Fall sehr spannend und auch Barbe Kax wird es später nochmal hier sagen oder erwähnen. Es ist halt immer so nicht gut, wenn die Leute sich auf ein kleines Event dann beziehen und sagen, ah, jetzt ist alles vorbei, bam, bam, bam. Natürlich sehen wir lustigerweise, dass der Preis nicht hoch geht von XRP, also nicht im Plus, sag ich mal, nicht positiv. Aber ja, das ist natürlich trotzdem sehr, sehr interessant hier, dass wir sehen, dass die ganze Klage jetzt doch noch irgendwie früher verhandelt wird. Deswegen niemals zu pessimistisch sein, niemals sagen, oh ja, ist alles vorbei, ja, jetzt könnt ihr auch verkaufen. Und ich kaufe einfach in einem Jahr wieder ein, dann, ja, damit schon passen. Kann sein, dass das gut geht, würde ich gar nichts gegen sagen. Mit Sicherheit, viele Leute haben mit solcher Strategie auch schon gut Geld gemacht. Nur, ich sag mal, wenn man jetzt eben wie sagt, okay, ich erwarte nochmal einen krassen Job bei Bitcoin beispielsweise. Okay, dann verkaufe ich Bitcoin und kaufe einfach in einem Jahr wieder ein. Aber wir sehen einfach über lange Sicht, dass der Markt deutlich, deutlich, deutlich wächst. Und je länger man im Markt ist, desto eher ist es auch wahrscheinlich, dass man halt Profite macht. So ist ja immer dieser Spruch, ne, time in the market ist mehr wert als time in the market. Und das Ganze kann man hier eben auch schön sehen aus meiner Sicht. Aber wenn Leute jetzt sagen, okay, ich möchte trotzdem jetzt noch verkaufen und kaufe einfach vielleicht später wieder einen oder vielleicht, wenn es mir passt, dann ist das ja auch gar kein Problem. Kann man auf jeden Fall machen. Aber ich denke mal, sehr viele werden sich freuen, dass die ganze Klage jetzt doch schon vor 2023 im Endeffekt enden soll. Dann noch eine heftige Sache und zwar, XAP LeBroccoli hat hier einen Tweet gescreenshottet von CoinMarketCap. Da haben sie hier einmal eine Auflistung von alten Coins und das ist ja hier Among Us. Da geht es grob gesagt darum, dass man quasi einen oder zwei Imposter hat, also so Verräter, sag ich mal. Und die arbeiten halt gegen das Team und ja, man muss halt rausfinden mit seinen Freunden zusammen, wer von seinen Freunden halt der Verräter ist und der ist halt unter ihnen sozusagen. Und da posten sie ein Bild, ne, so mit ganz vielen Coins, wer ist der Verräter? Und dann schreiben sie darunter, die richtige Antwort ist XAP, weil es kontrolliert wird und quasi die Governance gemacht wird von einer Autorität. Und das geht gegen den Gedanken von Kryptowährungen. All die anderen Coins sind dezentralisiert und sind also die The People's Crypto, also die Kryptowährung von den Leuten. Aber XAP angeblich nicht. Aha, aha. Ist auf jeden Fall sehr spannend. Ich habe auch gesehen, dass sie es entscheidend jetzt wieder gelöscht haben in der Zeit. Aber das zeigt natürlich ganz schön deren Meinung hier in der Form, ne, dass sie ja so sagen, ja, XAP ist halt irgendwie centralized und wird nur verwaltet von Ripple und bla bla bla. Auf jeden Fall natürlich sehr dreist, sowas zu posten hier und natürlich würde CoinMarketCap niemals was gegen andere heilige Coins sagen, wie zum Beispiel ADA oder Solana. Die würden niemals Witze machen über Downtime bei Solana im Netzwerk oder zum Beispiel dem Fakt, dass bei Solana das Mainnet ausgefallen ist. Und dann haben die einfach gesagt, das ist die Mainnet Beta. So, sowas ist halt noch nie bei XAP passiert, aber da wird es natürlich nicht angekreidet. Bei XAP wird alles immer auf die Goldwaage gelegt, auch wenn es halt eben nicht mal stimmt und halt einfach deren eigene Meinung ist, auch wenn es halt einfach falsch ist. Dann haben wir hier das passende Dokument nochmal dazu und da können wir es einmal sehen. Die ganze Timeline hier November, 15. November diesen Jahres. Und Barbecax hat dazu auch nochmal natürlich seinen Senf abzugeben und sagt dann hier, oh, was eine Überraschung quasi. Seine Timeline hat es da in der Form angeblich vorhergesagt. Kann man sich dazu denken, sag ich mal, was man möchte. Dann haben wir Stefan Huber und er liefert uns hier heiße News in Bezug auf JP Morgan, Alibaba und Swift. Dann haben wir hier Alibaba, JP Morgan und Swift parten dort in 2017, um die Cross-Border-Payments zu revolutionieren mit Ethereum. Und da hatten die ja diesen Simpson-Thatcher. Der war ja auch ganz groß in der SEC dann dabei. Simpson-Thatcher to wake in 16 Millionen für Alibabas IPO. Genau, und dann hat hier die Verbindung, also da hat er auf jeden Fall nochmal tiefer gegraben, noch ein paar neue Erkenntnisse dazu rausgesucht. Und ja, das spielt ja auf jeden Fall auch deutlich in die Klage mit rein. Also im Sinne von, dass das ja auch Relevanz hat für die aktuelle Ripple und XRP-Klage. Und ja, deswegen, ich bin mal gespannt, ob es da irgendeine Erwähnung noch zu geben wird, ob da irgendwas noch kommen wird. Natürlich wahrscheinlich nicht, aber hier auf Krypto-Twitter wird auf jeden Fall einiges aufgedeckt. Was natürlich ganz klar schon auf gewisse, ich sag mal Hinterhof-Deals oder Hinterzimmer-Deals natürlich klar hinweisen könnte. Dann haben wir hier LordXRP mit dem Reminder, IBIS added the Ripple Connectivity to Swiss Route, um Ripple und Swift in einer Plattform anzubieten. Das auf jeden Fall heftig, IBIS Management Associates. Und da muss man einfach sagen, eine zusammen-connectete Plattform ist natürlich der richtige Weg in der Form. Swift und Ripple, auch wenn es Theorien gibt, Ripple soll Swift ablösen in gewisser Weise. Dann gibt es Theorien, Ripple soll Swift updaten und so weiter. Kann man ja glauben, was man möchte. Aber natürlich so eine gemeinsame Plattform, Both-in-One oder auch All-in-One genannt, ist natürlich eine sehr, sehr gute Sache. Und ist natürlich auch eine schöne Außenwirkung da in der Form, weil einfach die Leute sehen, dass es halt neben Swift auch noch andere Systeme gibt natürlich. Beziehungsweise viele Leute kennen halt das Swift-System gar nicht oder so ungefähr, haben es mal gehört. Aber ja, befassen sich natürlich damit überhaupt nicht. Dann eine erfreuliche News aus Deutschland hier. Und zwar geht es um die Haltefrist, wenn man in Deutschland gestaked hat. Also wenn man zum Beispiel jetzt, ich sag mal, auf Pancakeswrap halt was staked, dann verlängert sich die Haltefrist, bis man das Steuerfall bekommt, von ein Jahr auf zehn Jahre. Das ist jetzt no legal advice und das ist nur so, wie ich das vorher im Kopf hatte. Wenn ihr natürlich nochmal abschließende, richtige Beratungen wollt, dann müsst ihr immer natürlich einen Anwalt aufsuchen. Ich bin kein Anwalt oder Berater oder whatever. Ich bin einfach nur ein Dude, der hier eben was labert, was er so im Kopf hatte. Und ja, zumindest ist diese Haltefrist jetzt erstmal gekippt worden in Deutschland. Ich muss nochmal gucken, was da jetzt offiziell dann der Fall ist, ob das dann auch nach einem Jahr geht. Würden sich auf jeden Fall einige Leute darüber freuen. Ich kenne auf jeden Fall einen, zwei Leute, die auch da staken und die jetzt gesagt haben, ey, das ist auch so nervig, dass sie dann erst nach zehn Jahren das Ganze quasi steuerfrei bekommen und so alles. Und ja, wenn das jetzt gekippt wird, vielleicht auf ein Jahr verringert wird, ist es natürlich umso besser und wird natürlich auch der, ich sag mal, Kryptowirtschaft in gewisser Weise auch helfen. Manche Leute sind aktuell vielleicht davon abgeschreckt, sagen, ah, zehn Jahre ist echt eine lange Zeit und ein Jahr ist natürlich jetzt nicht so lange wie zehn Jahre, of course. Von daher denke ich mal, wird es da einige Leute geben, die das dann attraktiver und ansprechender finden und dann da noch engagen werden. Und da liefert Florian Wimmer uns auch nochmal hier ein passendes Bild davon. Ich muss zugeben, ich kannte ihn vorher nicht so wirklich, aber hier einmal ein schönes Bild von ihm aus dem Bundestag hier. Dann geht es weiter mit Documenting Ripple. Da haben wir hier Boom, Rosie Reyes deutet darauf hin, dass XRP in Zukunft das Geld wird. So interpretiert er das Ganze hier. Dann haben wir hier Treasurer of the United States. Aktuell hier einmal, hier im Mai 2021 ist sie eben dem Board von Ripple Labs gejoint. Und dann hier Honor to be part of the Ripple Family, let the future begin. Könnte auf jeden Fall eine Andeutung sein. Fand ich ganz spannend, dass ich das das erste Mal hier gesehen habe. Dann geht es weiter mit einem You Today Artikel. Da haben wir hier Ripple plant in dem koreanischen Markt zu expanden, sage ich mal, mit großer Adaption von On Demand Equity. Kann man hier einmal sehen. Wir hatten ja auch vor ein, zwei Tagen die Ankündigung dazu. Und hier kann man das Ganze einmal nochmal so ein bisschen besser nachlesen. Genau, den Tweet hier haben wir behandelt von TheRefOfCainMan. Und hier das Ganze noch einmal ein bisschen schöner, sage ich mal. Ich scrolle einmal kurz durch hier. Da kann man das einmal pausieren. Von daher ziemlich cool, dass wir da weitere Adaptionen sehen in diesem asiatisch-pazifischen Raum. Und ja, jetzt haben wir halt Europa. Wir haben Amerika, vielleicht bald hoffentlich, wenn die Tage vorbei ist. Und natürlich auch gewisse asiatische Teile hier. Finde ich auf jeden Fall ziemlich cool. Bin ich großer Fan von. Also allgemein. Und natürlich auch von der On Demand Equity, die da reinfließen soll. Kann man auf jeden Fall nichts gegen sagen. Dann geht es weiter mit dem XRP Captain. Und da haben wir hier David Schwartz. Check das aus. Wir haben hier ein Amazing Artwork. Ziemlich cool gemacht. Das muss man sagen. Also sieht echt ziemlich schick aus. Und ja, ich finde das sieht gut gemacht aus. Dann haben wir hier ein paar Memes. Aber dann ist David auch irgendwann selbst nochmal reingesprungen hier. Und da haben wir dann hier David Schwartz. Das made me flip. Ist natürlich wieder ein kleiner, ich sag mal, lecker bisschen. Den David Schwartz hier der Community hinwirft. Kann man auf jeden Fall nicht anders sagen. Was hat er da in der Hand? Hat er da auch einen? Ja, so einen Hebel hat er da nicht in der Hand, ne? Ich kann es nicht ganz sagen. Obwohl doch. Holding the Switch. Ja. Das made me flip. Dann haben wir noch DJ Peter Vest dabei. Und er hat hier einmal TheCoinRepublic.com. The Bank of International Settlement, BAS, hat hier eine Zusammenfassung über CBDCs geschrieben. Hat die Zusammenfassung über CBDCs sowie ihre Bedeutung für die finanzielle Eingliederung für solche Institutionen veröffentlicht. Hier in der Form. Kann man sich auch immer durchlesen. Ist auf jeden Fall eine coole Sache. Der Privatsektor von Zahlungssystemen wird hier natürlich auch nochmal in den Vordergrund gestellt. Dann haben wir noch einen Tweet von Mr. Pool. Und zwar geht es hier um einen Sorting-Algorithmus. Also einen Sortier-Algorithmus. Da wird, glaube ich, immer halt so der eine mit dem vorherigen verglichen so. Wird das halt sortiert. Also das kann man da sehen. Ich kannte die auch immer alle, die ganzen Sortier-Algorithmen. Bubble Sword und das ganze Ding. Ich muss zugeben, ich kenne es jetzt aktuell nicht mehr so heftig. Aber eben ein paar Sachen versteht man auf jeden Fall noch. Und ein paar Sachen vergisst man da auch nicht. Und am Ende ist es dann halt eben so. Dann gibt es nochmal mal den Kontroll-Check hier quasi. Und dann ist das Ganze durch. Ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Und ab Ende natürlich wie immer ein Fun-Tweet hier von Cozy. Da haben wir hier den Store, der für immer nur 25 Cent ist quasi. Eine große Eröffnung. XRP-Only-Store. Ja, das Referenten zählt natürlich die Zeit, als XRP permanent unter oder gerade bei 25 Cent war. Kann ich mich auch noch gut daran erinnern. Waren auf jeden Fall heftige Zeiten so. Und da war echt so 1 Cent oder 2 Cent Anstiege war schon ein richtiger Grund zur Feier. Also da hat man schon eine richtige Party geschmissen, wenn es von 25 auf 27 Cent beispielsweise ging. Wohingegen heute der Preis 5, 10 Cent moved. Und ja, alle sagen so, ja, ist okay. Aber erst bei Dollarsprüngen sind wir alle happy und machen eine Party. Aber ja, da werden wir aus meiner Meinung nach natürlich auch noch hinkommen. Ich habe mich auf jeden Fall gefreut, dass ihr heute mit dabei wart. Ich hoffe mal, wir sehen uns auch morgen auf diesem Kanal wieder zu neuen News rund um den Kryptomarkt allgemein. Und bis dahin, schreibt mir doch mal einfach gerne in die Kommentare, was ihr so denkt zu den ganzen Themen. Und gebt ein Like oder Dislike, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns heute. Haut rein. Ciao. 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 Ciao.